aber egal jetzt immer nach Gebiet 8 da kann man Wetzsteinsommen auch vor allem haben noch welche da vorne kannst du Kräuter sammeln aber wir werden es ist erstmals nicht zu wieder das ist ein bisschen spiel und das ist schon bis zu schüren läuft und ja dass der Wunsch da das Römer ist dann noch zu den Wieners im Westen im Ziel zu die Hedgefondschäden soll Jäger nicht auf den Köln und egal davon ist da uns auch aber da ja komm da oben hat dann laufende Schäden weiche ich aus er hat dann mit auch noch mal wir haben auch gebraucht jetzt haben wir der Monster-Distat und jetzt soll ich mal ein bisschen nach nach vorne hier bitte genau denn ich muss nicht in Wasser kommen äh, falsche Richtung, völlig falsche Richtung ist aber auch schwierig ich weiß nicht, was du hast, aber egal kann ich jetzt da runter? einmal laufen und er und ich bin hier und wie man sieht wir werden jetzt eigentlich tot, wenn wir unten aufkommen ah ja das sind Fische, die wir töten sollen wir haben dann eine Harpune und dann können wir den dann mit töten die sehen ziemlich episch aus das sind blöde Mondfische äh ja, wir sind noch nicht mal im Wasser und werden schon hier, äh, ein bisschen gespanned und, was? ja, wir tauchen gerade ein, deshalb sagt er uns, äh dass wir nasse Füße bekommen und wir tauchen mit dem Füß zuerst dann besser, aha was, wie lustig, na so, und jetzt werde ich hier ein wenig schwimmen so schwimmt man normal auf A macht man eben das und man schwimmt einfach, also es gibt zwei Schwimmsteuerungen, wir haben jetzt die normal in welcher man, äh, mit der Kamera halt, äh, sich so bewegt und so, also dann die Richtung ändert und die man schwimmt mhm ah ja, der sagt uns halt jetzt, dass wir Luft brauchen genau, also links sieht man auch so eine Anzeige ja, und jetzt muss ich mal gucken ist das egal, wie ich, wie weit ich entfernt bin mit der Harpune oder äh, ja, du musst halt so nah dran sein dass du auch mit deinem Luftflächen triffst ach so, die sind bei einem Schlagelgunst tot, die hier so, jetzt lohnt der uns eben, dass wir die äh, nimm die noch in die Manche, die ist da auf das sind Fische äh, kann ich den auch nennen? ja, den kannst du auch nennen ruhes Fleisch äh, so, den nimm ich grad auf ne, bang so, und jetzt geh ich eben zurück und dann töt du den nochmal, oder was weiß ich kann ich die eigentlich nicht du kannst die auch mit deiner Waffe töten, ja, so wenn du triffst ja ich will übrigens, ähm mehr so ausweichen, so ein bisschen, weißt du weil Großwelt ist ja das ist eben die Harpune zerbrochen, wie viele müssen wir eigentlich töten? äh, eigentlich nur den einen, glaub ich und was ist das? äh, warte, nein, geh mal weiter, ich bin weiter da lang? ja, es gibt es so und dann kann man, glaub ich, äh, Machalit jetzt ab, äh, aberzen halt, sollte man eigentlich und Knochen kann man da sammeln wir sind hier in einem versteckten oder so und, ich denke also hier liegt auch noch ein totes Tier, ja, jetzt hol dir da und mal Sachen, so Knochen, ja genau, Knochen, komm wir brauchen noch Knochen vielleicht, wir leben viele von diesen ja, äh, Kind, Maui dann brauchst du den, scheiß so jetzt okay äh, ist so nicht mal zum Aberzen warte, ich gucke nicht mal um so geht man heute auf Montag so geht man heute auf Montag mal gucken einfach mal so ein bisschen Kamera bringen ich seh das dann der da vorn hier Eisenerz, komm wir rein, wir rein ah ja, brauchen wir später auch für Dekoration, wir können uns dann, äh, Fähigkeiten finden zu geben und wir haben jetzt eben ein Macher-Lib-Erz bekommen da unser unsere Objekte-Box voll ist unsere Lüste in unserem Beutel werde ich das verschieben, weil das ziemlich selten ist gegen, 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 wo ist die Hülse da die brauchen, so und jetzt denke ich ich warte, geh nochmal auf Minus und ja, gehst du uns da okay dann denke ich und dann haben wir noch Knochen oder? gehen wir zurück zum Dorf ah, endlich das ist noch viel angenehmer, so so ersparen wir euch die lange Rück- und Hinwege also eigentlich nur die Rückwege und, ja und uns halt auch noch, äh, Zeit und Nerven genau so, und ich glaube, wir reden zuerst äh, ne, wir reden im nächsten Part mit denen ja, genau okay, also ich denke da jetzt alle mit uns reden wollen aus Gott sei Dank weil, jetzt geht ich mich jetzt einfach so hier hin so und dann sehen wir uns im nächsten Part ich hoffe, es hat euch gefallen ihr könnt uns abonnieren wir zwingen euch nicht dazu es ist eure Entscheidung und ansonsten bis zum nächsten Part schönen Tag noch tschüss